Wie heißt es im Vaterunser und führe uns nicht in Versuch? Was habt ihr getan? Ich bin offenbar, wie soll ich sagen, normal gestört. Nur weil ich in den letzten sieben Monaten mit sechs Frauen ausgegangen bin und nur weil ich ein zwei jahres Abo für das Fitnessstudio gebucht habe und eine Zeit lang auf Tinder war, bin ich noch lange nicht in der Midlife-Crisis. So funktioniert das Leben! Ich habe eine Familie aufgebaut, Bindeln gewechselt, Zäpfchen reingesteckt, eigenhändig. Je mehr Frauen ich ausgegangen bin, umso mehr habe ich auch gemerkt, wie sehr mir Barbara fehlt. Bis zum nächsten Mal.